ARD Text im Auftrag von Funk Warum? Hauptsache ich hab mir jetzt extra diese scheiß OP Uniform für den Termite geholt ne und der ist weg Dann nehm ich den Fetcher, dann nehm ich Fetcher Ich bin grad überlegen ob ich, ich glaube ich ne Wo gehen wir hin? Wobei eigentlich Kapitaus auch nicht schlägt Sie Ihr seid deutsch oder? Sie Ja Ja ne Dann schauen wir mal, vielleicht wär das ja was So ein bisschen Der Projekt schon lange nicht mehr gelangen Hei ist auch so, oder? Hei ist auch so, oder? Hei äh äh Ja meine ich Hei Also ne so Ja ich glaube so wird geschrieben So wird bestimmt echt geschrieben oder? Glaub auch Ja Also ich mein auf Japanisch oder wie auch immer die Schriftseite ist ja anders ne aber Hei Sind die unten? Nope Jo oder no Nope Keller ist hier Ja Sind die doch bestimmt Sind die hier oben? Ne hä wo sind die? Und die unten irgendwo? Im EG Okay Willst du Archiv sein, oder? Ja Archiv 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 Ich hab so reingeschaut Ich weiß nicht wie ich das Archiv angreifen soll, Alter Ja ist bisschen haarig, genau Am besten aus dem Großraumbüro Finde ich Echt? Ja Ey Wo war das? Äh Aufzüge oben Ich hab auf seine Drecksbumspirne gamed meine Schüsse kauten nicht Hallo wo ist der? Aufzüge oben Genau der, genau der Ja nochmal Ich hab ihn verletzt Du hast, ey du hast Klaus Du hast mir den auch noch, du Assi, ey Ey Digga, ich hab den so angepindelt, Alter Richtig den Hodensack ins Gesicht gedroppt Warte, warte, warte ich mach hier Auf Da bin ich die Zähne ausgeschlagen Autsch Also ich will eigentlich Warte ich geh mit Drohne Ja mach mal Drohne, groß im Büro Ja Bitte schneller Schneller Passt trotzdem auf die Treppe auf Ok Ja geh rein, kannst reingehen Sieht erstmal gut aus Wir nochmal alle Ecken abchecken Ok hier brauche ich Thatcher Du bist Thatcher Ja Ihr könnt ins kleine Büro Im Großraumbüro rein Thermalt müsst ihr mitkommen Wer ist das? Drasch Wo hängt der Penner? Oh man Hier ist was? An Treppe? Oben oder unten? Oben Ja hoops Drohne bereit Eine Minute zu zehn, nur noch zu sehen Thermalt fährt grad grad mit der Drohne Den oberen Teil ab in der Lobby da Im Raum auf jeden Fall Steps von einem Der ist über uns Frostfalle wenn ihr Hallo, könnt ihr mal aufwachen langsam hier? Marvin, Frostfalle über dem Schild Okay Willst du Thermalt bitte open something? Schieß man Hart rechts in der Ecke Marvin Genau da, genau da Das ist echt der Thermalt Mehr, mehr, mehr Deko Granate hinter dem Schild Einfach eine Granate Ich mach auf, ich mach hier auf Mach da auf Ich sprach auf 15 Sekunden Rechts in der Tür Frost Deko Nur noch einer vom eigenen Trupp Es bleiben noch 10 Sekunden Es bleiben noch 5 Sekunden Einfach blind reingef... Ey das war doch so Schwanz, Alter Der Thermalt, der darf nie wieder Thermalt spielen Der war so lahm Der Thermalt hat echt gesackt hier in der Runde, aber richtig So mein Freund ist da auch hingewiesen So Naja Naja Wo, wo gehen wir hin? Wenn wir CO gehen, nehme ich Mute Unten Ich nehme aber Mute Passt schon Ähm CO machen wir Fassel Oh Mann So kann man das auch aussehen, ne? Deko hat aber versucht hier die Wohren Ein wenig hier... Ja, ich wollte ihn echt nicht beleid... Ihr sollt halt nur nächstes Mal nicht direkt Thermalt picken, Alter Naja, das wird er eh machen Hauptsache, er kümmelt die ganze Zeit draußen rum Fühlt mit dem Drohne rum Macht bis 15 Sekunden Kontost nichts auf Und dann stirbt er Das ist gerade bei der Archive, Alter Wo beide Typer jetzt so archivisch so scheiße sind Ja, das stimmt Da muss was aufgemacht werden Kann ich eigentlich nachvollziehen Und wie man bis vor Ende der Runde noch draußen hängen kann Also... Naja, das glaube ich ja Äh... Marvin, findest du... Wer ist gut? Marvin ist gut Was ist hier mit der Wand, Leute? Hey, hallo! Was ist mit der Wand hier? Ich hab mich erst um die Fenster gekümmert Scheiß auf deine Fenster, die Wand hier Ja, ja, mach ich Nein, das Fenster ist wichtig Sonst schießt er wieder gut Geben Gas, da müssen Batterien dran Check Noch fünf Sekunden Ich lade mein Magazin Die Gegner haben den Zugfahrgutbehälter nicht gefunden Wir versuchen ihn während des Angriffs aufzuspauen Komm auf Die Gegner haben den Zugfahrgutbehälter aufgespürt Oh, der Typ ist ja richtig gut, ne? Leute, wie... Ist der jetzt schon gestorben, Leute? Wer wollte Bitschen oder was? Alter! Hä? Wie ist denn hier schon rein? Ach, das Fenster ist auf hier, aufpassen Sehen das irgendwer oben auf der Garage ist und snipet Dann lass dich nur nicht von dem sehen Dann steht er da sinnlos Dann steht er da sinnlos Nein, da... ich hab... ich hab ihn gerade erkannt, alter Ah, fuck Please Marvin, do the place Lol Lol, ernsthaft? Ah, Montagne, geilo Der letzte verbleibende Operator des eigenen Trupps Nur anscheinend Jack Da war einer Im Gang war einer Ihr auch, oder? Nö, 4 gegen 1 Versucht nicht mehr den Behälter Dem Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten Lachen Hinter dir, hinter dir, hinter dir An der Seite Zünd, zünd, zünd Der links lag auf dem Boden Er ist hier rechts im Brau auf dem Boden Ja, nein, ich weiß nicht, wo der einer lag Kann doch leicht bei uns gewesen sein Ich mein, die hat sich bewegt, alter Aber kann ja auch trotzdem tot sein Wisse, Frostfalle Unter dir, Marvin Links Ein Gegner verbleibt Wollen wir schon mal, wenn ich will, nicht nur kurz unter Druck setzen, ne? Aber ein Ace wär schon plattisch Der hat nicht mit dem diskutiert, alter Nur noch 15 Sekunden Still 10 Sekunden noch Höher 5 Sekunden noch Schieß Und von links Nice, Bon Ace Ace Oh, please Ja, Marvin Nice Hacks Sehr nice Hauptsache, zwei von denen sind in Traps getreten Und der Montagne hat gerade seinen Teil eingefahren Weil Marvin sein C4 in die falsche Richtung geschmissen hat Ja, der hab ich nicht gehört Aber übelst geiler Hack auf jeden Fall Loll, wir sind zu viert Oh fuck Und der Typ ist komplett raus Es ist kein Disconnect Ja Okay, was machen wir? Tico, wir laufen zusammen rum Thatcher und Termit Alter, mein Herz Und vielleicht kann ich mich nicht mehr freuen, alter Weil ich so unter Druck stehe Komplett blass am Sitzen Ah Ich bin echt Todesweiß Nein, nein Nein, schau Alles abgesehen, dass der Montagne sein Schild gerade eingefahren hatte Nein, nein, Marvin hackt Da hab ich echt Glück gehabt Voll der Loser, der hackt Der hatte aber nur noch 20 Leben oder so Der war richtig schnell down Ist auch nicht normal Ist das schon wieder? Down, CEO Oh, du hast halt seitlich aufgeschossen Du hast dein Schild eingefahren und stand seitlich zu dir CEO Ja, wollt grad sagen, weil Unten sind sie nicht Wir haben auch Kasse davor Ah, wird interessant Wenn einer in den Nebenraum reingeht Ich bin in diesem Der wartet auf die Drohne, der Wichse Ja, dieser Abstellraum heute Ja, genau Warum sprichst du nicht? Bist du behindert? So, wo wollen wir lang? Ja Wir können jetzt noch oben durchsnipern Ich hab ne Ich hab ne Drohne oben im Büro Nee, das hat eben schon nicht gut geklappt Das oben durchsnipern Geil Warum, Alter? Zieh mit Ja, I don't know, man Marvin, wir gehen oben durchs Büro Da hab ich ne Drohne drin, da können wir rein und dann durch diesen kleinen Pimmelraum da Machen wir Machen wir Wie es einfach nicht zählt, wenn ich den mir die scheiß Rübel ficke, Alter dieses spiel manchmal jeder ist einer ich hätte immer ein bisschen ich schieße mal rum damit die ich bin hier das habe ich im auge mehr nicht ich glaube also er ist gerade abgehauen im raum in der abstellkammer ist einer hat die drohne abgesägt das einer ja zwei alle haben die uns gefilmt ja die wand richtig krass ich bin gerade durch geschwungen an die vier geworfen genau die stelle und dann wusste ich nicht von wo ich dachte mir ist an fenster geworden das war heftig die jungs hier das war aber keine gute runde alle direkt am anfang schon irgendwie gestorben das war richtig ranzen wo man hin unten schließfächer oder archiv archiv ist eigentlich auch gar nicht so scheiße schließfächer okay okay so wie kann man denn so viel schreiben in den chat fließt er ist doch behindert alle im ersten ohne diesen spaß die jürmer ja aber er fangen wir sind angebracht dann liebt er auch noch mit scale können wir schaffen wir können nicht mal alle wände zumachen die zugemacht werden müssten ich bleib im raum ich bleib im raum ich bleib im raum die körper die kamer aus und wird kaputt hast du zu dass kameras ja auch da und montagne montagne ist in der garage mit jemand anders noch ich hab kein ziviler ich hab sie hier aber mal sehen was hier noch passiert also von oben kommen gehört rediculous alter wieder einfach nur dafür überlebend sein was für eine verfügte range hat das ding denn man ist der kreuz 18 meter geworden der flug macht funktioniert einfach nicht richtig also weil ich auch richtig abgestorben bin natürlich töten auf 2,3 meter range keine chance den killt auf die vollen vier meter by the way im büro wo du eben warst perfekt eliminierungs es ist das war meine kameras sind by the way down deko pass auf ich markiere dir einen links von dir die kamera bevor ich mitgehen konnte überhaupt schon gefunden und sind gleich reinkommen unterm schreibt er liegt unter dem schreibtisch links weiter links weiter links auf der anderen seite der von der tür in der tür schild nein der twitch hat auch schon hart gefressen auf jeden fall noch 10 sekunden noch das müssen wir schaffen scheiß auf deko marvin guck auf die tür geh weiter nach rechts du musst von links die twitch kommt von links die twitch kommt von links ne ist nur noch teuer meint ok aber kommt auch von da schieß schieß ja hau den weg hau den weg der liegt auf dem boden der ist verletzt marvin der ist verletzt messer den weg der gegner verhindert ne da wird nicht gemessert da wird ihnen richtig dreckiges gesicht gescheitert boah wie scheiße das von mir war egal mission der gegner gescheitert boah lol 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 marvin killt uns gerade richtig krass alter naja das geht so und der castle ist was mit löchern zu klein irgendwie kann ich diesmal bitte sledge nehmen das wäre ultimativ 3 aber wir brauchen nein wir brauchen einen patcher der ist es anstatt dass boahleck dann einfach mal nicht twitch nimmt nein mit twitch kann ich dir die geräte auch weg machen aber nein nur sehen die gut naja der bio gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden mit twitch ist schon gut schwerer ich finde es einfach nur geil dass boahleck sich vor der aufnahme so richtig profiliert hat dass er der big boss ist aber wenn du hast von zehn runden eine gute runde das ist gerade jetzt die aber ich gebe es dir auch zu ich gebe es dir auch zu noch fünf sekunden naja ich steh nicht gerne im rampenlicht boahleck ich steh nicht gerne im rampenlicht ja deswegen machst du auf youtube ne genau ne das geld ist auch ganz gut das aber bitte lass nicht wieder unseren typen da warte warte ach du drohens ok irgendwas passiert der raum hier ist komplett free äh das auf kapkan ne das kann kapkan ok zwei im raum castle und mute einer ist an der treppe ne der kommt wieder such die drohne ich markier den die ganze zeit der checkt gar nicht wo die drohne ist jetzt hat er es gesehen so find's ganz gut wenn wir hier durchgehend da aufsprengen soll ich aufmachen nice soll ich aufmachen nice nice ja mach auf von hinten von hinten pass auf von hinten hier von wo haben wir klären ich habe ihn wieder gehört ich glaube wir sind da hochgegangen und meine claimer weg oder was deine claimer ist weg ja hat er mit zu viel weggespringt so ich guck mal ob ich mit meiner zweiten drohne machen können ich bin auch jetzt kurz in der drohne hier hier erst weg geil geil ja brauchst du da was ich mach sie ich mach ja auf ne ich mach auf ne ich mach hier auf ne ich mach hier auf ne wichser magazinwechsel Kann ich reingehen oder? Chill 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 chill? Warte, ich geh doch mal in die Drohne, wir können doch noch ein bisschen, wir spielen gegen einen, locker. In den Jammer, alles klar, YOLO. Von beiden Seiten auf jetzt, ah fuck, er liegt hinten in der Ecke. Hinten links, hinten links, hinten links. Ah fuck. Ich kann jetzt Bolleck. Bolleck, kannst du andersrum gelaufen kommen? Ah ne, du hast 3 Sekunden. Klappt nicht. Wo war der genau, wo war der genau? Genau in der Ecke, wenn du hier am Fenster bist, dann, oder vor dir jetzt rechts. Hier im Raum, ja? Guck nochmal, guck nochmal vor dir. Der liegt immer noch. Im Raum? Oder hinten im Safe? Im Raum, genau, wenn du jetzt, lieg genau rechts an der Wand. Wenn du durchs Fenster guckst, rechts, rechts. Genau vor dir jetzt. Pass auf. Jawoll, das Raider. Nice one. Oh mein Gott ey. Hui. Wir müssen jetzt gewinnen, dann haben wir, ey, vier gegen fünf. Weggekommen. Ey, aber ohne Witz. Ohne Witz, die Gegner sind sehr nice. Das war so schlecht von mir. Ja, ich hab drei geholt. Bei mir lief's. Sehr schön, Bolleck. Ja, man muss dir immer erst mal auf die Finger hauen. Ich hab auch zwei, ja zwei hab ich ruhig. Ja, die muss man erst mal auf die, nein, nein. Äh, Archiv oder Großkornbüro? Habe ich Roos gehört? Oh. Archiv ist haarig, man. Archiv ist haarig. Wollt ihr echt Großkornbüro? Großkornbüro ist genauso haarig, die ficken mit Fuse. Ja, sag. Obwohl, dann ist Großkornbüro, äh, Archiv besser, weil da können sie nicht, oder? Ne, da können sie auch durch die Decke, alter. Äh, dann lieber Großkornbüro. Ah, dann könnt sie beide, ne? Äh. Lass Großraum, komm, Großraum, Großraum. Ich würd Großraum sagen. Okay, okay. Umkämpf. Ast rein. Ne. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Umkämpf, oder? Den Raum sichern. Ja, genau. Jetzt sind wir irgendwo auf dem Parkplatz. Oh, Mann. Ach, Archiv. So, dann fangen wir mal mit Binden. Boah, das wird lustig jetzt. Ach, Mann. Das wird gut. Halsch. Woah, woah. Bro, bleib einfach stehen, dann passiert dir nichts. Woah, woah, man. Ich schieße nur auf bewegende Ziele. Hör uns zu. Leute, haben wir jetzt komplett schon keine Wende, oder was? Ja, kann man so sagen. So, Heizung aufgedreht. Meine Hände sind kalt. Deko, darf ich die Wand zumachen, oder willst du die so haben? Will sie, glaub ich, durchschließen. Gut. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Fall. Dann kannst du aber je noch ne Wand zumachen, eigentlich. Schwerseite. Eine hilft uns doch nicht. Ne, warte, Marvin, ich will eben... Dann lass ich die eine, falls wir dir die aufreißen. Von einer Wand haben wir nichts dahin. Und ich bleib im Raum. Ich wollt eigentlich ein bisschen mehr raus. Ruhe! Wir haben sie nicht. Eigentlich muss ich raus. Oder geht roll ich mal. Auf jeden Fall, Steps, ich glaub... Ich wollt grad sagen. Du bist Montanje, Montanekmann. Du bist Drohne. Loll, ich bin einfach fast gestorben. Von hier drüben kommt auf jeden Fall was vom Großraumbu... äh... vom... vom... Esterotz. Doch, Großraumbu. Auf jeden Fall ne Claymore hier draußen irgendwo. Passt auf, Leute. Vorderer Bereich, Lobby. Mhm. Scheiße. Nice. Sehr schön. Immer noch Lobby, trotzdem. Die kommen mit drei Mann. Dekor an das Schild hier bräuchte ich dich vielleicht. Okay, Flashbang. Ja, von woher? Ähm, hier. Die Seite, also West. Bisschen südlich. Drei Flash bingst du weg. Sehr schön. Schild ist drin, fuck. Wenn der mich hier nicht riecht, hab ich den. Verteidigungssystem hat was für Fang. Das heißt, auch von hinten, Leute. Ostseite, Ostseite. Deko-Verteidiger von hinten, Ost. Unser Kollege liegt schon. Du hast das schon da. Ich hab den Montagne hier. Montagne liegt, Montagne liegt. Einer ist drin. Ich hab den Montagne zu sichern eingestellt. Die Diener von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters abhalten. Hey! Ah! Nein! Ach, f*** dich! Du hast das scheiß Drohnenloch! So ein Huhnloch! Blackbeard! Blackbeard! Anderes Ding! Halt gedauern! Wo genau? Mav? Bei der anderen Tür! Bei der anderen Tür! Blitzster verbleibender Gegner! Andere, ich soll, ich soll, ich soll, ich soll. Warte, darf ich irgendwas sehen? Ne! Du musst rein! Oder? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nein, nein, nein! Nein, die hatte 3 live! Eigener Tobi eliminiert. Ey, Junge. Das war ja richtig crazy. 3 live, Alter. 3 live. Irgendwie auf einmal war die unter mir, Junge. Ich hab nach unten gezielt. Wenn ich springe, komme ich nicht ganz nach unten. Wippen eben. Ah! Schade. War aber gut. Das müssen wir wieder noch 2 Runden gewinnen, Alter. Ja. Boah, das haben wir echt verschenkt, Alter. Wie bist du ungestanden, Dicco? Wurde von der Ash durchs Drohnenloch gekült. Boah. Shit, man! Die hatte 3 live, Alter. Ah! Irgendwo eine Kugel mehr, dann wär's halt gewesen, Alter. Ja, auch Blackbeard! Warum? Es muss dieser Fick Blackbeard bei mir sein, ey. Alles klar. Dann zack. Oh, dass diese Hure mich echt diese scheiß Drohnenloch gekillt hat, ne? Der Bio-Gefahrgutbehälter muss nicht so kalitiert werden. Das war die einzige Position, wo ich Deckung hatte von der Tür und vom Fenster. Marvin? Ja? Drück mal Tap. Ich komme. Ja, sag mal. Ich komme. Wenn wir diese Runde gewinnen, dann kannst du kommen, so oft du willst. Oh! Boah, ja. Ab nach Hannover. Ja! Die sind nicht im Großraumbüro, nicht im... Äh, die sind nicht im CO-Büro. CO6. Die sind Archiv, glaube ich, unten. Ich hör von unten was. Och Mann, Alter! Esch! Drei live, Alter! Drei fucking live, unten. Das geht mir auch hart auf den Sack, wegen drei live jetzt verkackt zu haben. So rum. Unnötig. Ich glaube... Weiter zum Rio gefahren. Fuck hier, unnötig, Alter. Ich geh durch die Garage. Die Drohne ist aktiv. Ist auch clean. Erst fuck, find der was durch. Clean ass fuck, hm? Sicher hast du durch die Garage gehen wollen? Bin ich vorhin auch durch, ich hab drei geholt. Also ich geh auf jeden Fall da durch und mach mit meiner Drohne Späßchen. Ich muss mit Termite gehen, wo ist ein Termite? Okay. Diko, wir können auch... Nee, lass uns wieder andersrum gehen, da war ich auch ganz gut. Wenn Bolleck da Stress macht und wir auf deiner Seite... Dann sind wir aber... Wo ist die denn clean, Mann? Ganz schön krass. Ganz am Anfang der Runde. Hier, da ist er. Ich markieren. Er bewegt dich gleich. Warte, er ist immer noch an der gleichen Stelle. 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 Hilf mir nix, dass ihr meine Füße zuhörst. Hier guckt euch ein Auto. Ich jag den mal da weg. Ich markiere ihn die ganze Zeit. Er ist jetzt hier. Warte hin. Ah, wenn du brauchst ungefähr 25 Sekunden, um zum Juwelier zu kommen, ne? Ja. Ach, das läuft schon, oder? Ja. Ach, das läuft schon, oder? Okay, für's dann. Der Luke ist auf 60% HP in der Garage, Leute. Er ist immer noch hier, ne? Also... Ja, ja. Machst du hier wieder ein Claymore? Ja. Das klappt dann? Ja. Dieser Wichser, ich krieg den da nicht raus aus dem Keller, Mann. Ja. Ich mach hier wieder auf, Deko. Okay. Drei, zwei, eins. Ich sprenge die Ladung. Guck hier mit der Drohne. Nach hier, wenn du was willst. Ja, da war ein guter Spot der Rook, ey. Jungs, 45. Herr Wein! Herr Wein! Marvin, Setscher, schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Ein riesiges verdammtes Loch! Kommt zu Wort! Pass auf mal, von da kommt der Rook gleich, ne? Es bleiben noch 15 Sekunden. 10-4, weg von ihm! Feindliche Aktion täten. Bedrohung neutralisieren. Es bleibt in den Raum sichern und die Stirobehälter. Komm nicht rein, ich komm nicht rein, ich komm nicht rein. Nur noch ein Gegner ruhig. Chill, 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 chill. Okay. Also auf zur Frostfalle, Frostfalle! Jawoll! Ja! Ich wollte spannend machen, ganz ehrlich. Zwei Leute hab ich geholt, ey. Schu! Leute, du hast echt in die Frostfalle gelaufen. Fuck, Alter, das war echt immer eng. Glück hab ich da von der anderen Seite noch. Oh, nice, Alter. Nice, Muchachos! Nice! Oh, echt so Belly, Mann. Komm jetzt bitte, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Unten? Oben? Wo haben wir gewonnen? Schließfächer haben wir die gewonnen? Ja. Ja. Komm, Schließfächer. Archiv! Archiv! Wir haben Mute, wir haben Jäger, wir sind gut dafür. Komm, Schließfächer passt. Ja. Puh! Oh! Komm, gut! Ey, dieser spiel ich aber richtig defensiv. Und das ist eigentlich gerade so mein Ding, weshalb es nicht ganz so scheiße läuft bei mir. Alter, der Ruper ist echt krass drauf, ne? Der hat wirklich... Ey, Junge, du kamst da nicht vorbei. Der hatte den Spot, ne? Du kamst nicht dran. Krass, ey. Der hat ja auf die Füße geschossen, da hast du noch nichts von dem gesehen. Total krank. Aber hat ihm halt nicht geholfen anscheinend. Am Ende nicht mehr. Ja, weil wir von allen Seiten gekommen sind, das war gut. Das ist... Ey, ich liebe das, hier unten mit Termite auf beiden Seiten die Wände aufzumachen, ne? Das ist so geil. Diesmal hat die... die Bahn allerdings noch geholfen, weil... Haben wir hier noch zwei Wände? Eben haben wir das auch bekommen, ne? Aufgeschossen, dass ich zwei Kills bekommen hab. Jo. Äh, zwei Wände hier bitte. Einer von euch hat noch zwei Wände. Ich hab keine Wände mehr. Ich hab noch. Ah, bin im Tempo. Heel durch! Oh, ich kann noch hier noch. Toll, ich kann hier keine... Ne, ich hab keine Wände mehr. Hab ich schon davor draufgesetzt. Na, die Welke. Ist zu, ist zu, ist zu. Ja. So, hier. Hier wird jetzt richtig hart weggecampt, ey. Meinst du? So hardcore? Richtig hardcore weggecampt, ey. Hier geht's ab, hier geht's ab. Hier geht's ab, Leute. Die Seite. Ja. Lassst du da nicht killen, ne? Ich lass mich killen. YOLO. Da haben wir schon einen. Da ist Wolle, krass. Geht die Treppe runter, geht die Treppe runter. Da ist hier. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Oben ist was? Über mir sind Steps hier. Da war die Ash. Ey, lass bloß niemanden aus der Tür kommen, Leute. Ja, da war gerade Ash. Hä? Wo kam das? Von vorne, Alter. Von vorne, Alter. Durch den, durch die Castle Wall. Der hat an. Der hat an. Der hat an. Alles klar. Golden melden. Der hat an. Polition leer. Jetzt auch einen hohen, hohen Ping. Der hat ja die ganze Zeit schon. Der hat doch eben schon geschrieben. Wenn ihr keinen Hacks an habt, mach ich das an. Ich kann nix machen. Ash ist wieder raus. Ash ist wieder raus. Die ist am Krankenwagen. Oh, fuck. Fuck, ey. Sledge auch davor. Draußen aber noch. Hey. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Ich kann nix machen von hier hinten. Brauchste aber nicht. Der scheiße Wichser hat an, Alter. Hurensohn. Mieser Wichser, dieser Hash, Alter. Die Gegner sichern den Behälter. Aber warum machst du keine Castle Scheiße weg oder so? Von hinten einfach. Das hättest du noch easy machen können. Weil so ist jetzt einfach Freeload. Scheiß drauf, Dicke. Scheiß drauf. Jetzt ist schon Freeload. Ich hab den gerade jetzt auf die... Nein. Von der Seite vom Fenster hätt ich auch nix machen können. Diesen Golden W einfach mal reporten, bitte. Okay. So, so obvious an. So obvious, ne. Alter. Hab ich leider nicht gesehen. Ja, also... Ich hab's ja in der Killkung gesehen. Da steht so vor der Castle Wall. Ich hab, ne. Und ich lieg da. Auf die Füße gewartet, ne. Dann reporten wir den mal. Jungs, das ist 4 gegen 4. Dann guckt er durch die Wand. Ja, 4 gegen 4 und einer von denen hat Sex an. Der guckt durch die Wand und fängt an zu flexen. Ja, mach an. Lustig, wenn ich welche hätte. Nicht mal dann. Ey, wie... Wie hardcore... Kacke, Alter. Einer so ultra-Aufwür ist, weiß ich. Ah, was für ein... Zielt schön auf mich durch die Wand. Ich hoffe... Ich hoffe, er kippt mich und man kann obvious sehen, dass er hackt. Ja, ich... Ich mach's auch gern bei mir ne Aufnahme in Zeitlupe. Oder in doppelter Zeitlupe. Achtfache Ausführung. Mach mal doppelte Zeitlupe. Achtfache Ausführung. Und... Alle Komplementärfarben ausgelöscht, bitte. Jawoll, mach ich. Dankeschön. Noch irgendwelche Effekte. Ja, da will ich auch starten. Oh, der ist wieder da. Parkplatz? Parkplatz, ne? Der braucht nicht mehr kommen. Ne, ich mein Seiteneingang. Das ist... Perfekt. Seiteneingang, ja. Fünf Sekunden bis Einsatz. So, Jäger ist auf 70 HP. Arden, kannst du... Rechts... Rechts in den Raum mit der Drohne stehen? Weiter zu unserem Fahrgutbehälter und diesen sichern. Also, deren Bitchmover, also... Da ist die Kamera hier. Also, da ist übrigens raus, ne? Also, da wird jetzt keiner irgendwo... Garage oben rumstehen. Das war genau so dieser Typ. Hab ich nicht. Ich geh nochmal in die Cam. Ich guck mal, ob ich mit den Drohnen noch weitermachen kann. Zweiter Raum ist immer noch free. Ich geh jetzt mal überlegen, wo ich die... Claimor hinstelle. Ich glaube, in den zweiten Raum steht die Claimor. Nichts kaputt gegangen soll? Hältst du nach da frei? Vorhin frei? Ja, nach da, nach links. Nach links. Ja, ja. Boah, Ash. Alter. Okay, alles klar. Schockdrohne wird aktiviert. Wie gesagt, Leute, Jäger ist auf 70%. Der braucht nochmal einen Schuss weniger. Ja. Ja. Dann der gute Castle. Geh von der anderen Seite jetzt, Diko. Ja. Frost ist... Wenn ihr Frost downert, ist der Hacker weg, ne? Ja. Jawoll, der Hacker ist weg. Nice. Dock down. Sehr schön. Castle down. Nice. Jetzt ist mal gespielt. Wo ist der letzte? Cool bleiben, Leute. Cool bleiben. Ah, der ist ja richtig cool gewesen. Warte, 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 warte. Das war ein krasses Game. Das war ein krasses Game. Warte, 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 Warte. Warte, 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 Warte. Schreibt es in die Kommentare. Okay, passt. Also Machachos, das war eine richtig geile Aufnahme. Schaut beim Warte vorbei. Yes. Reingehen. Daumen hoch Machachos. Bye, bye. Bam.